Die heutige Zivilisation hat das Stadium der Instabilität und der globalen Krisen erreicht. Globale, finanzwirtschaftliche, ökologische, anthropologische und klimatologische Krisen sind die Realität, mit der jeder Mensch bereits konfrontiert ist. Doch das ist erst der Anfang. Vierte industrielle Revolution und drohende Massenarbeitslosigkeit. Zukunft ohne Arbeitsplätze, Ursachen des unausweichlichen Zusammenbruchs der Weltwirtschaft bei Beibehaltung eines destruktiven Konsumformats. Das Problem der Überbevölkerung, voranschreitende Erschöpfung der Ressourcen des Planeten. Globaler Klimawandel. Es ist an der Zeit, die Bedrohung der Welt als Realität anzuerkennen. Die internationale Online-Konferenz Globale Krise, das betrifft bereits jeden, ist ein Ereignis von höchster Wichtigkeit, das von Freiwilligen aus der ganzen Welt auf der Plattform der internationalen gesellschaftlichen Bewegung AllatRa organisiert wird. Am 24. Juli 2021, um 17 Uhr Berliner Zeit, wird die Live-Übertragung der Konferenz auf tausenden von Medienkanälen und Plattformen mit Simultanübersetzung in mehr als 60 Sprachen ausgestrahlt. Die Zukunft der Menschheit, Selbstvernichtung oder Weiterentwicklung der Zivilisation.